Melton over. Was ist da los? Ich habe für das Signal verloren. Tomcat, hier ist die Nestmutter. Hoffentlich haben sie Zeit. Wir haben einen Zwischenfall am Hafen. Was für einen Zwischenfall? Wir haben die geduchsten Soldaten gefunden, aber befehlen nicht anzugreifen, bis ihr Jungs euch umgesehen habt. Verstanden. Zwei Helis sind zu ihrer Position unterwegs. Sie müssten gleich Sichtkontakt haben. Wir sind bereit. Hei hei. Unser Abholdienst. Was meinen Sie zu unserem neuen Volkmann? Naja, der ist ganz niedlich. Hey, schon wieder da? Was gesehen? Seid ihr Jungs endlich fertig? Der Tag fängt gerade erst an. Geht schon weiter Jungs. Ich habe hier noch eine Weile zu tun. Atmen! Lucy soll pressen! Ich wollte vergessen. Ich wollte so sehr vergessen. Ich wollte so sehr vergessen. und analysieren. Unser Job? Wir müssen sie am Leben halten. Der Feind wird nicht angegriffen. Vergesst nicht. Wir haben es nicht mit normalen Gegnern zu tun. Team 1 rückt von Südwesten vor. Team 2 rückt von Norden vor. Ist die Aufklärung abgeschlossen, treffen wir uns und warten auf weitere Befehle. Okay. Sattel die Hühner. Situation. Paxson Vettel gelang es den Agenten von 4 im Auburn zu entkommen. Danach war schon sein Ordnungssignal. Der Leichnam eines unbekannten Mannes wurde vor Ort gefunden. Vision. Kampfeinsatzagenten von 4 schließen sich den agierenden Soldaten der Spezial- und Streitkraft-Einsatzgruppe Delta an. Kundas Gebiet empfehlen die militärischen Vorgehensweise. Kundas Gebiet empfehlen die militärischen Vorgehensweise. Team sollten Feinden nur angreifen, wenn sie beschossen werden. Die technischen Offizieren, Djinns und Nonen von 4 verleibten Armen und führt forensische Untersuchungen durch. Interval 2 Ich hab den ganzen Level noch so ein bisschen in Erinnerung. Nestmutter, hier ist Birdie. Wir sind nach Boden. Verstanden. Zum ersten Missionsziel vorrücken. Da Sie die Vorhut sind, versuchen Sie doch mal das Tod zu öffnen. Ich würde hier einen meiner Jungs schicken, aber wir brauchen hier wohl ein Spezial. Checkpoint wird gespeichert. Ich weiß natürlich schon so was passiert. Spannung geht's nicht. Guck mal machen. Wo ist die Steuerung? Los, wir haben nicht ewig Zeit. Ach da. Ja. Ja. Ich würde hier mal machen, kann ich mal machen. Tschüss. Da sind die Schein. Ach nö. Gut gemacht, dann mal wieder zurück. Gehen Sie zum Delta-Team zurück. Was zur Hölle ist denn das? Da drüben! Vorsicht! Börse, die Lage im Druck. Börse, die Welt ist nicht. Gehen wir hier hin. Börse, die Luft ist nicht. 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 Ein kleines Mädchen. Überlebende Einsatzagenten sollten versuchen, zu einem gemeinsamen Treffpunkt zu kommen und das Einsatzgebiet zu verlassen, bis Verstärkung antreffen. Treffen sie sich mit Niankowskis Team. Naja. Eieiei. Der... Die fangen an zu schießen. Hilfe! Eieieiei. 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 Komm raus. War es noch einer? Oder war das der? Hm. Ich dachte ich hätte die Uncut-Version installiert. Egal. Ähm. Äh. Jaa! Ich gehe hoch, ich gehe jetzt nicht hoch. Rassum! Ah, das ist mir nicht weg. Hier geht es wieder rein. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Da war ich doch vorhin. Na ja, auf. Dann muss ich wieder raus. Wir sind soweit. Checkpoint wird gespeichert. An alle Einheiten, Echo Null, antworte nicht mehr. Einsatzleistung, hier ist Echo 7. Sollen wir nachsehen. Negativ, ich schicke eine Frucht hoch. Jetzt hätte ich gerne so eine Nachtsicht oder so, wie bei Dishonet. Eieiei. Na, kommt Maus. Das ist einfach unbewandt. Schnell kann ich auch nicht lesen. BAM! 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 Der schminkt nicht eine Granate. Jetzt bin ich da. Jetzt sind es zwei. Das war's. Zugesichtet. Naja. Du bist mir auch so ein Gesichter. Hö? Ups. Fahora der Wuhl. So ein Ding wo man Schieds eingeben kann. Hoppla. Ganz ruhig. Mit dem Rücken zur Wand. Wow. Wie die hier schreien. Das war's. 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 Du bist hier. Das war's. Das war's. Nein. Du bist hier. An alle Einheiten, die Verlust an vor allem nicht mehr. Einsatzleistung hier ist der E-Büro, sollen wir nachsehen. Negativ, die schicken keine Suche auf. Wo ist es? wenn man zoomen das mal langsamer macht